und ein herzlich willkommen mit mir hier der stefan bei the crew 2 jawohl endlich mal wieder von mir ein video ich werde das sofort heute noch hochladen ich werde es an gerade eigentlich hochladen vermutlich mir ging es leider in der letzten zeit nicht so gut ich dachte gestern mir geht es wieder besser und jetzt mache ich schon wieder leichter anzeichen für eine geltung und deswegen entschuldige ich mich für meine stimme ist ja im arsch sage ich mal so ich bin sehr enttäuschend ich habe mir die crew bei gönnt da sehr billig ja ich bin noch sehr am anfang ich hoffe werde paar folgen davon aufnehmen ich sagte ja jetzt kommen bald neue projekte das ist jetzt einfach spontan jetzt erstanden das war leider nicht so wirklich hundertprozentig geplant die q2 aber ich brauche heute gegen ein spiel ausnehmen wo ich mich jetzt nicht hundertprozentig ansprechen muss es aber etwas leiser machen wenn ich dann seht ihr das jetzt fahrzeugton fahrzeugton trotzdem hat sich meine stimme sehr massiv an ein mit welcher taste kann ich jetzt noch mal rausholen ein ein ach verpiss dich bus ich möchte ganz gerne ein rennen haben bevor ich dann beende warte mal was ist das denn ja jetzt seht ihr mal meine fahrprofi skills entsprungen boah boah ist ja toll eine live belohnung deine mamel eine live belohnung nein bin ich geil so ich hoffe da hinten ist ein rennen war klar gerade glaube ich mit einem musting äh was laber ich ach keine ahnung ja jetzt zeichnen rennen ja die nicht und vor allem wer würde damit nicht gerne rennen fahren genau das wirst du tun auf einer geschlossenen strecke nur für uns es ist ein traum rennen also genieße es und sie ne ich war glaub ich falsch ja 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 falls ihr hungrig seid warum gönnt ihr euch nicht einen köstlichen snack ne 2 0 let's do it Roman ich werde dich eliminieren ey ich fahr doch auf deinem armen fed schneller ey ich fahr so schnell wie's geht ey Way wein du nix nein 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 mein zulessel Ey! Dänzen! Bierflasche. Herr P-Stick! Ach! Bin schon wieder das letzte. Ey! Okay, noch ein bisschen Vierter. Also ich musste jetzt das Rennen einfach klar behalten, so. Und dann sehen wir weiter. Ah! Okay, fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Ja, du! Rain-Cut-Man! Ah! Du Armee! Feiner Typ! Naja, ich krieg euch noch. Ach man, diese Kurve. Es ist nicht leicht. Wirklich nicht. Auf Crewzocker können ja das Game ja schon blind. Jetzt zieh ich, jetzt zieh ich, jetzt zieh ich. Easy. Ach, schon wieder in dieser Kack-Kurve, Junge. Jetzt zieh ich, jetzt zieh ich. Das hat mich jetzt irritiert, Mann. Fünfter. Ach man! Ach so, ich hab gewonnen. Hab ich gewonnen. Hab ich gewonnen. Hab ich gewonnen. Hab ich gewonnen. Mann! Das irritiert mich grad so mega. Aber ich hab das dran hinter mir. Und damit verabschiede ich mich von einer ganz neuen Projekt Secret 2. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare und ihr werdet dann auch mal sehen. Mit Darkai werde ich dann mal wahrscheinlich eine Aufnahme machen. Nicht zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Und vergisst das Gewinnspiel nicht. Am 24. lose ich welche aus. Und dann bekommt einer eine 20 Euro Gutscheinkarte. Ja. Und ich händige den dann mit einem Code aus. Und den werde ich dann anschreiben. Ciao! Ciao!